Bist du da, Helga? Ja, was denn los? Also gestern war es so ein schöner Tag. Wieso? Meine Familie war hier, wir haben gegrillt. Das ist doch schön. War es auch. Was hast du gegessen? Nichts. Nichts, ne? Ich kann ja nichts. Ist so, du kannst ja nichts. Das war einfach, eh. Das war einfach schön mit allen Mann. Letzten Sonntag haben wir auch gegrillt. Ja. Mein Mann, Tante Holunder und Familie Klütens waren da. Ja. So, vormittags krieg ich einen Anruf von Mutter Klütens. Wieso? Was wollte sie? Wenn ich einkaufen gehe für den Grillabend, möchte ich doch bitte darauf achten, auch was ohne Fleisch zu holen. Wieso? Ihre Kinder seien Vegetarier. Unglaublich. Ist das nicht unglaublich, Marianne? Ist ne Frechheit. Da lad ich die zum Grillen ein. Wieso eigentlich? Weiß ich auch nicht. Passt nicht zu mir. So, du hast sie eingeladen und ... Ich lad die ein und dann wollen die kein Fleisch essen beim Grillen. Unhöflich. Das ist respektlos, Marianne. Es wird immer schlimmer. Geht ja noch weiter. Nee. Das Schlimmste kommt ja noch. Hör auf. Bettina Klütens, die Vegetarierin, fragt, ob sie ihren Freund mitbringen darf. Lass mich raten. Ja? Der war mal im Knast. Schlimmer. Sind Veganer. Find ich nicht schlimm. Wieso? Nee, ich hab nichts gegen Ausländer. Äh ... Veganer sind doch die Ureinwohner aus Indien, oder? Mach ich auch nicht. Veganer sind Menschen, die nichts vom Tier essen. Wie? Kein Fleisch, keine Milchprodukte, kein Käse, keine Eier, gar nichts. Wieso? Ich weiß das doch auch nicht. Irgendwas Religiöses oder so muss das sein. Jetzt sollst du so einen Grillabend vorbereiten mit zwei Vegetariern und ein Veganer. Ich fahr los mit dem Fahrrad in den Supermarkt vom Bauer Töffel. Ich sag, Wilmut, sag ich, ich hab ein Problem. Wie spannend. Er sagt, was ist denn dein Problem, Helga? Ich sag, mein Problem sind zwei Vegetarier und ein Veganer. Wahnsinn. Der wusste nicht, was das ist. Da muss ich nach Hause mir selbst was einfallen lassen. Und was hast du denen denn gemacht? So. Für die Vegetarier hatte ich noch einen Salat. Ist doch gut. Mit Schinkenwürfeln noch drin. Äh ... Morianne, die waren da noch drin. Die pul ich da doch jetzt nicht raus. Hätt ich auch nicht gemacht. Ist doch auch respektlos dem Tier gegenüber. Aber haben sie gegessen dann? Nee, weil das tote Tier hat ja schon den Salat berührt. Deswegen können sie das nicht. Da haben alle einen eine Krabbel oder was. Und der Veganer? Ja. Was willst du da machen? Irgendwas Pflanzliches. Ich geh in den Garten. Da stellt sich mir schon die erste Frage. Nehm ich jetzt einen Teller, um das einzusammeln oder einen Biosack? Ist auch nicht einfach. Hab ich ein bisschen Rasen gemäht, paar Blumen abgepflückt, bisschen Erde mit reingemacht und das Ganze mit Öl verfeinert. Hört sich doch gut an. Ab in Thermomix, Stufe 4, 5 Sekunden verkleinern. Ja. So. Und dann war das fertig. Hat es ihm geschmeckt? Hat er alles aufgegessen. Hat mich selbst gewundert. War der denn, sag ich mal, für einen Veganer normal? Sprechen die Deutsch? Der konnte ganz normal reden, Morianne. Ganz normaler Typ. Und vom Aussehen so... Bio. Ganz klar Bio. Und barfuß war er. Barfuß? Ja. An beiden Füßen barfuß. Auch was religiöses, oder? Nun denk doch mal nach, Morianne. Eeeeee... Der ist Veganer. Der läuft barfuß, damit er keine Käsefüße bekommt. Käse darf er nicht. Nehmen die das so ernst? Da sind die ganz... Eeeeee... Ziehen die eiskalt durch. Da lassen die auch nicht mit sich reden. Aber man hat ja gesehen, geht auch ohne Fleisch. Geht auch mal ohne. Ich ess ja auch weniger. Ich auch. Kaum noch eigentlich. Ist auch besser so. Morianne, ich muss. Mein Mann hat Hunger. Was gibt's denn? Frigadellen mit Currywurst. Kann ich nicht. Aber ist doch ein lecker denn. Die Frigadellen sind mir... Die Frigadellen sind mir... Die Frigadellen sind mir... Oder die Currywurst... Kriegertrose von. Ja, dann gute Besserung. Dir auch. Mugdat! 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 Mugdat!